Mein Name ist Christian Hasser und ich bin Geschäftsführer bei Techtalk. Techtalk beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit individueller Softwareentwicklung. Früher war es ausreichend, sich in relativ langen Abständen zu überlegen, ob das Geschäftsmodell noch funktioniert. Heute zählt, je schneller ein Unternehmen sein Geschäftsmodell weiterentwickeln und anpassen kann, umso kompetiver ist es. Insbesondere große Unternehmen, für die ist das nicht nur ein Vorteil, sondern heutzutage auch eine Frage des Überlebens. Um organisatorisch so etwas möglich zu machen, muss man sehr, sehr schnell in der Organisation sein, sehr innovativ sein auf der anderen Seite. Und wenn man mitspielen will, man eigentlich der sein sollte, der diese Veränderung als erster bringt, noch bevor die anderen da sind. Und wir unterstützen als Techtalk unsere Kunden dabei, wie sie ihre eigene Organisation eigentlich auf die Veränderungen, Digitalisierung ist da ein Schlagwort, einstellen können und auch aufstellen können für die Zukunft. In unserem heutigen Büro spiegelt sich das sehr stark wieder, wie wichtig Kommunikation ist, auch wenn man am Ende eine hochtechnische Aufgabe erledigt mit dem Computer, um ein System zu entwickeln. Wir haben verschiedene Zonen auch in unserem neuen Büro etabliert, die eben so ein unterschiedliches Zusammenarbeiten ermöglichen sollen. Auch innovativ zu bleiben, kreativ zu sein oder dann auch wieder in stillen Phasen einfach nur effizient und produktiv an einem bestimmten Thema zu arbeiten. Das Spannende an meinem Job ist, dass ich jeden Tag neuen Menschen begegne, die neue Ideen haben und denen ich teilweise dabei helfen kann, ihre Ideen dann auch umzusetzen.